Was geht ab leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video auf diesem kanal und genau diesen kanal hast du noch nicht abonniert wenn jetzt diesen kanal abonnieren wirst dann hast du jetzt sofort ein abo das wird uns riesig riesig freuen leute und heute bin ich mit meinen kollegen ist wird wahrscheinlich das letzte video mit ihnen sein hier in mexiko mit meinen kollegen j6 was geht ab mann was geht ab leute ihr könnt ihr auch mal gern sein kanal ab checken es wird uns riesig freuen und heute wir sind jetzt gerade hier mitten in der stadt weil ich habe eine riesige überraschung für euch ihr könnt euch erinnern an den darken mann in deutschland aber es gibt auch einen darken mann in mexiko ich zeige es euch mal ganz kurz ich habe ihn nämlich vorstand angerufen und habe ihn gefragt ob wir ein zauberdrang von pokémon über stark bestellen sollen erst mal wenn ich den überhaupt heute nacht trinken soll dann rockt das erstmal den like button mit 2000 likes leute sonst trinke ich das nicht ihr wisst zauber tränke sind richtig richtig crazy und ihr seht es gerade selber auf mein handy er hat mir geschrieben dass er irgendwo schon hier sein soll und mir einen poison also einen zauberdrang geben soll ich glaube das ist nicht so ganz ich gebe ihn jetzt auch gleich das geld der wird von mir ganz ehrlich leute mexiko ist günstig der kostet 100 euro ich habe jetzt hier ich habe hier das geld da in pesos ich gebe ihn das jetzt und dann schauen wir dass wir den bekommen hat er meint hier irgendwo es sollte irgendwo hier sitzen deswegen habe ich jetzt einen termin ausgemacht mit mir bro du bleibst hier mit der kamera ist soll es nicht sehen ok kannst hier irgendjemanden sitzen sehen das sind tausend leute meint er hat ein weißes t-shirt er denkt er ist es der typ schau mal dahin siehst du denn da hat denn jemand siehst du denn ja er könnte es sein versteck dich am hier am besten mal mit der kamera und ich nehme mein handy und ich zeichne das am besten mal so undercover auf mexiko weiß es ist mexiko weiß es ist ok du bist drauf ok versuche mal so zu filmen ja versteck dich mal ok ich schau mal ob es ist yo are you the darkman man yes do you have to poison it's 200 yeah it's a pokemon post yes ok wir haben einfach mal gibt euch mal das müsste der post sein von pikachu aber wie schnell das jetzt ging krass schon abgehauen hast du ihn gesehen fast jetzt wie ein geist jetzt wieder weg er ist weg ne ok weißt du was wir gehen jetzt mal heim sollen wir ihn gleich mal probieren es ist echt gelb mit pikachu ja auf jeden fall weil das krass ist der j6 wollte immer mal den zauber dran trinken aber ohne scheiß das darfst du jetzt nicht hier trinken nein du trinkst ihn ich trau mich nicht aber du wolltest doch immer mal sehen oder wie ich einen zauber dran trinken ja das sehe ich doch durch dich weil du bist der meister du kennst dich aus ok wisst ihr was wir gehen jetzt heim und dann probieren wir einfach mal einen pikachu zauberdrank heute aus vielleicht sogar um drei Uhr nachmittags schauen oder was ist das das ist ein pikachu zauberdrank wir haben ihn gerade gekauft leute oh man oh man ok ab sofort lasst uns heim heim gehen leute ja man lasst uns heim gehen jetzt heim gehen jetzt heim gehen jetzt heim gehen wir trinken jetzt den zauberdrank ist wirklich heftig wollen wir ihn jetzt schon trinken ach man du musst ihn ausprobieren ohne scheiß man ok lass uns reingehen ok lass uns reingehen lass uns die tür schließen was will der typ da draußen ich weiß nicht egal ok ich weiß nicht so ganz denkst du es ist eine gute idee wenn wir den poison jetzt ausprobieren vor allem ist es ja noch nicht mal 3 uhr nachts die teufelstunde schreibt es mal in die kommentare rein und der typ ist richtig laut da draußen mann ey oh mein gott leute ich weiß es nicht normalerweise trinken wir sowas um 3 uhr nachts während der teufelstunde was denkst du chasic soll ich das probieren ne 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 probier es lieber nicht aus mann man weiß ja nicht was passiert weil man hört ja so viel ich weiß aber schau mal ist das mitten am tag das heißt es kann schon mal nichts passieren der typ ist noch draußen wir können notfalls noch die notarzt oder sonst jemand anrufen aber das ist dann pikachu trinken oder sowas du weißt ja nicht was daraus passieren könnte vielleicht verwandelst du dich man ok lass uns das ganze mal aufmachen oh mein gott siehst du das ja mann es ist wirklich gelb wie pikachu mann sei vorsichtig mach das lieber nicht du solltest das echt nicht machen man überleg dir doch mal bitte boah ok es riecht irgendwie fruchtig weißt du was lass uns einfach mal ein schlückchen jetzt probieren oder nein mach das bitte nicht komm einen schluck können wir mal probieren das ist doch nicht so schlimm oder mann du weißt doch das ist sehr gefährlich ich weiß es ist gefährlich aber deswegen sind wir da und wollen das ganze probieren mann oh mann aber auch deine verantwortung warte ich probiere erstmal einen kleinen schluck ok ich hab dich gewarnt mann ich hab dich gewarnt oh mein gott was machst du ist alles ok warte es passiert doch gar nichts ok das war dann falsch lass dich nochmal vielleicht ich nehm nochmal einen großen schluck oder so ja oh mein gott was ist jetzt passiert scheiße der ist jetzt da reingegangen und kommt schon nicht mehr raus keine ahnung schon seit über einer halben stunde was ist was passiert ich hab ihm gesagt er soll das nicht trinken oh mein gott leute pikachu oh oh dieser zaubertrank fühlt sich richtig gut an willst du nicht auch davon was probieren oh mann nein nein bleib mir schon leid nein mann was ist passiert willst du nicht auch was von den zaubertrank probieren nein nein was ist passiert doch nein schau dich an kam er oh ich brauch mehr davon ja nein mach das wieder nicht ich brauch mehr davon oh mann das ist auch lustig aber irgendwie auch schlimm ich brauch du du weich ich fass das nicht an was da ist er nein fass das nicht an bitte nicht da ist der zaubertrank ja aber mach das bitte nicht nochmal ich stehe du sollst wieder normal werden mann bitte ich brauch mehr davon gib mir mehr volle zaubertrank wo ist das nicht pikachu das ist hier auf dem Boden aber trink es bitte nicht nein trink es nicht trink es nicht bitte nicht bitte trink es nicht bitte trink es nicht mann bitte trink es nicht mann oh nein oh nein was ist jetzt was ist jetzt was ist jetzt was ist jetzt Kamberg ist alles ok Kamberg ist alles ok Kamberg ist alles ok Kamberg 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 oh mein Gott ich laufs mal kurz hey Freunde der kommt nicht mehr raus Kamberg alles ok Freunde ich weiß nicht was da passiert ist aber vielleicht geht es dir ja schon besser Kamberg alles ok No Hey oh mein Gott Pikachu 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 oh mein Gott Ach wie gut Ach wie gut Oh mein Gott was ist los Pikachu Was ist passiert Was ist passiert Ich fühl mich gut wo ist oh man alles ok Mir hat Zauberdruck Oh nein Oh nein Ich hab's doch gesagt Oh mein Gott, was ist mit ihm los? Wo sind wir? Es ist echt alles so verrückt. Oh mein Gott, ist jemand hinter mir? Sehe ich es richtig? Was ist los? Oh mein Gott, nein! Bleib mir voll ab, Mann! Ich steh mich gut! Oh Mann, ey, du siehst aus wie Pikachu! Pikachu! Alles gut bei dir? Bro, was ist los? Ey, Dicker, warst du nicht Pikachu? Was ist... Warum filmst du mich gerade? Film mir jetzt schon ein Video oder was? Ey, du hast mich ausgenommen, du warst verwandelt zu Pikachu und du warst komplett verrückt, du hast diesen scheiß Zaubertrank getrunken, Mann! Wie bitte? Ja, Mann! Weißt du das nicht mehr? Das war doch kein Traum, sag mal! Kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht, aber... Wo ist der Zaubertrank? Wo ist er? Aber du hast alles... Warte mal, du hast alles aufgenommen mit der Kamera? Ich hab alles aufgenommen, Mann! Okay, warte mal, dann haben wir hier alles auf Kamera und könnt es anschauen, oder? Ja, wenn ich sie doch sage, Mann! Aber ich glaubte es dir nicht, okay, dann... Doch! Das war... Du warst alles voll, war bei dir alles voll und dein Gesicht war... Du warst gelb! Du sahst aus wie Pikachu, original! Okay, Leute, wisst ihr was? Wenn ihr das sagt, dann schaue ich mir das mal an, ich glaube es nicht so ganz! Doch! Lasst uns das mal anschauen, es wird natürlich doch einer am Ende gegrüßt! Ja! Schaut gerne mal bei Jigsix vorbei, lasst ein Abo da und Hashtag ComebackTV bei Ihnen, aber okay, dann schaue ich mir das mal an und wir sehen uns! Hab jetzt ja wieder! Ich bin doch nicht verrückt, du warst da wirklich da! Ich schaue es mir an, Leute! Wir sehen uns am Mittwoch, haut rein! Ja! 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 Ja!